Ok, dann möchte ich, dass du mich da rein katapultierst, in dem Moment, wo der Drake low wird. Wir lassen jetzt unsere Jungler sterben und wir wollen einfach nur direkt auf den Drake rauf. Also am besten so auf den Drake rauf. Ich sag dir dann, oder du guckst ja, aber wenn da viele Leute sind, dann geht's ab. Weil die werden jetzt unsere Leute töten und dann werden die den Drake machen wollen. Wenn er ungefähr bei 3000 Leben ist, machen wir es. Richtig, direkt, ja? Ja. Voll und schnell. Ok, go. Ok. Oh mein Gott! Holy shit, wir sind die besten Spiele! Holy shit! Oh, Penta, wo ist denn? Junge! Das hat funktioniert. Oh, Penta!